Mein Name ist Claire. Meine Katze im Melder war eine Internetsensation. Du hast auch eine Katze verloren? Ja. Ich brauche einen Job. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Auf keinen Fall stecke ich noch mal so viel Liebe und Hingabe in etwas, um es dann im nächsten Augenblick wieder zu verlieren. Wird es jemals leichter? Das wird es. Was ist dein Geheimnis? Die Leichen von vier jungen Tschechinnen wurden letzte Nacht brutal ermordet in einem Posten in Melder. Sollte. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017